Willkommen im Meepleland, einem Freizeitpark voller Attraktionen, Shops, in Mischständen und Toiletten. Also baut eure Wege klug, um möglichst viele Besucher zufrieden zu stellen. Die Busse fahren bereits vor. Jeder von euch erhält ein solches Parktableau und einen Eingang. Sämtliche Plättchen werden gemischt, fünf jeweils kleine und mittlere werden offen ausgelegt sowie drei große. Die ersten Busse kommen bereits auf dem Parkplatz an und zwar so viele wie Spieler teilnehmen plus eins. Jeder Bus wird mit entsprechenden Meepeln bestückt wie aufgedruckt. Gespielt werden insgesamt vier Runden, das zeigt der Rundenmarker an. Zu Beginn jeder Runde gibt es die aufgedruckte Zuwendung, das heißt ein Kapital am Anfang von 15 Dollar. Dazu bekommt der Startspieler kein weiteres Geld, jeder weitere Spieler immer einen Dollar mehr als der Vordermann. Wenn ich am Zug bin, darf ich ein Plättchen kaufen, beziehungsweise ich muss sogar ein Plättchen kaufen. Welches ich nehme, ist mir überlassen. Ich wähle jetzt hier dieses große, das kostet gleich 7 Dollar, wie unten rechts angegeben. Und das lege ich dann erst einmal angrenzend zum Eingang in meinen Park. Wichtig, einmal platzierte Plättchen dürfen nicht wieder verschoben werden. Die entsprechende Attraktion kreuze ich dann auf meinem Spielzettel an. Hier gilt es, möglichst viele verschiedene Attraktionen zu bauen. Dann ist auch schon der nächste Spieler dran, das G3, umso weiter. In meinem nächsten Spielzug möchte ich dieses Kettenkarussell bauen. Jetzt muss ich es so platzieren, dass es über einen Weg an ein bereits vorhandenes Plättchen angeschlossen wird. Das Plättchen darf ich dabei beliebig drehen, ich könnte es also beispielsweise hier unten platzieren, ich könnte es auch hier oben nach rechts drehen, die Ausrichtung ist also egal. Ich lege es aber jetzt hier so senkrecht ab. Jedes Plättchen zeigt Besucher, die durch diese Attraktion angelockt werden. Diese sollte ich dann also in meinem Park begrüßen, um Geld zu verdienen und am Ende Punkte zu bekommen. Manche Besucher kommen allerdings erst, wenn eine bestimmte Serviceeinrichtung neben der Attraktion zu finden ist. Da gibt es Geschenkshops, da gibt es Inbestände oder auch Toiletten. Auf manchen Plättchen sind gleich mehrere Einrichtungen vorhanden. Außerdem gibt es dann noch diese Springbrunnen, die gelten als Joker bei der Aufnahme von Gästen. Aber zurück zu meinem Park. Da verlangt der blaue untere Besucher bei diesem Kettenkarussell eben einen Geschenkshop. Den biete ich ihm natürlich gerne, wenn ich ihn hier über einen Weg anschließe. Bin ich am Zug und kann oder möchte nichts mehr bauen, dann passe ich. In diesem Fall suche ich mir einen der parkenden Busse aus und nehme die entsprechenden Besucher zu mir und stelle sie erst einmal an den Eingang meines Parks. Dann darf ich sie auf meine Attraktionen verteilen. Hier unten bei der Achterbahn werden zwei pinkfarbene Besucher gewünscht, die kommen dahin. Die liefern mir auch gleich zusätzliches Geld, wie hier angegeben. Ein blauer Besucher möchte zum Kettenkarussell und da ich jetzt den Geschenkshop neben diesem Karussell gebaut habe, darf ich auch den zweiten blauen Besucher hier platzieren. Besucher darf ich auch jederzeit wieder umgruppieren, wenn ich das möchte. Sobald alle Spieler gepasst haben, also jeder einen Bus vom Parkplatz genommen hat, endet die Runde. Jetzt gibt's Geld. Für jeden Besucher erhalte ich einen Dollar, für Besucher mit so einem Extradollarzeichen noch einen Dollar mehr. Macht hier also insgesamt sechs Dollar in meinen Vorrat. Außerdem wandert der Rundenmarker ein Feld weiter. In Runde zwei erhält jeder dann noch ein Grundeinkommen von zehn Dollar. Wie ihr seht, wird dieses Einkommen von Runde zu Runde weniger, dafür verdiene ich aber auch mehr. Dann werden noch neue Busse ausgelegt und das Spiel geht weiter. Mit meinem Geschenkladen habe ich ja schon eine erste Infrastruktur geschaffen. Auch der zweite Besucher dieser Bahn hier verlangt nach so einem Shop. Na, dann lege ich doch diese Bahn direkt auch noch angrenzend an den Geschenkshop. Beide Plätze könnten also jetzt belegt werden. Nun kann ich Attraktionen bauen oder Serviceeinrichtungen. Ich kann aber auch eine Werbeanzeige kaufen. Dann nehme ich das oberste Plättchen vom Nachziehstapel der kleinen Plättchen, zahle den angegebenen Preis und erhalte direkt die dort aufgedruckten Besucher. Die darf ich dann direkt in meinen Park stellen. Das werden hier zwei blaue. Na, die passen doch perfekt zu dieser kleinen Achterbahn hier links. So kann ich also auch schon Besucher während des Spiels im Park begrüßen, unabhängig von den Bussen, die später ankommen. Generell gilt, eine neue Attraktion muss immer vollständig auf mein Tableau passen. Wege dürfen durchaus nach außen ins Nichts laufen. Theoretisch kann da auch später noch ein Anbau drangesetzt werden. Einzige Voraussetzung beim Anlegen eines neuen Plättchens ist es immer, einen Weg fortzusetzen. Das heißt also, einen Weg angrenzend zum neuen Plättchen zu besitzen. So wie hier beispielsweise. Da kann dann auch mal eine Sackgasse entstehen, wie da unten. Das ist erlaubt, bringt aber am Spielende Minuspunkte. Fühle ich mich in meiner Parkfläche zu begrenzt? Darf ich für sechs Dollar einen Anbau kaufen? Den darf ich dann an eine beliebige Stelle des Parks anlegen und hier auch Plättchen drauf platzieren? Für drei Dollar darf ich einmalig auch einen neuen Eingang kaufen. Das kann Sinn machen, wenn ich mich mit meinem Wegenetz einmal total verplant habe. So kann ich dann von diesem zusätzlichen Eingang neue Wege bauen, um zusätzliche Attraktionen oder Service-Dienstleistungen anzuschließen. Mit jedem neuen Bus am Ende einer Runde sammeln sich neue Besucher vor meinen Toren. Die sollte ich natürlich dann auch im Park unterbringen, wie hier beispielsweise diese beiden pinkfarbenen. Der Platz für den blauen Besucher hingegen muss frei bleiben, denn eine Toilette ist an dieser Schiffsschaukel noch nicht angebaut. Heißt, ich verschenke hier natürlich Einnahmen. Wie gesagt, auf einem Brunnen darf ich dann immer einen beliebigen Besucher platzieren. Das ist immer praktisch, wenn ich Besucher übrig habe, die ich sonst nirgendwo unterbekomme. Wie an jedem Rundenende liefert mir jeder Besucher dann wieder einen Dollar bzw. zusätzliche Dollar für diese Zusatzzeichen hier neben den Besuchern. So verdiene ich dann also stets mehr und mehr Geld, je weiter ich meinen Park ausbaue und sollte ich eine Serviceeinrichtung erst später anbauen, so kann dann der Platz im Park, der hierzu passt, also hier der blaue Besucher, der ja diese Toilette so dringend benötigt, auch direkt noch von wartenden Besuchern gefüllt werden, also hier direkt zum Beispiel mit einer blauen Figur. In der vierten und letzten Runde sollte ich eigenständig genügend Geld generieren, denn da gibt es keine Zuwendung mehr. Nach der vierten Runde folgt dann die Schlusswertung, da schaue ich mir meinen Park noch einmal ganz genau an. Zunächst schaue ich auf meinem Wertungsblatt, wie viele unterschiedliche Attraktionen ich in meinem Park verbaut habe. Da gibt es dann Punkte entsprechend dieser Tabelle. Dann bringt mir jeder grüne und blaue Besucher in meinem Park einen Punkt, jeder pinkfarbene und gelbe jeweils zwei Punkte. Die Besucher zähle ich also alle zusammen und notiere mir die Punkte auf meinem Zettel. Gleiches gilt dann für Besucher, die noch vor dem Park warten. Da gibt es dieselben Punkte, allerdings als Minuspunkte. Diese Punkte muss ich dann von den Pluspunkten abziehen und erhalte dann insgesamt eine Summe für meine Besucher vor und im Park. Wie eben schon erwähnt, darf ich beim Wegebau durchaus auch Sackgassen im Park entstehen lassen, aber auch das wird dann noch einmal bestraft. Jede Sackgasse bringt mir Minuspunkte, die ich hier unten notiere. Dann wird alles zusammengerechnet und der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Als Kind bzw. Jugendlicher der 90er Jahre haben mich drei PC-Spielgenres besonders geprägt. Das waren zum einen die Point-and-Click-Adventure, das waren zum anderen die Flipper-Spiele und dann auch noch, und das passt jetzt hier besonders, die Freizeitpark-Simulationen. Das begann damals mit Theme Park, danach folgten diverse Editionen von Rollercoaster Tycoon. Ja, dieses Spiel habe ich quasi Tag und Nacht aufgesogen, wann immer ich dafür Zeit hatte. Nun gab es jetzt schon mehrere Versuche, dieses Thema als Brettspiel zu verarbeiten. So richtig überzeugen konnte mich bislang jedoch noch keins. Auch bei Meepleland ist natürlich noch Luft nach oben, wenn man es mit den PC-Simulationen vergleicht, aber bei Meepleland stellt sich bei mir erstmals wieder dieses Aufbau-Feeling ein, also Geld investieren, um den Park größer werden zu lassen, tolle Attraktionen einzubauen, dadurch mehr Geld zu verdienen. Eine Wirtschaftssimulation als recht einfaches Legespiel mit eingängigen, schnell erklärten Regeln, aber nicht banal also. Die Planung bzw. Optimierung steht hier klar im Vordergrund, die ist auch nötig, wenn ich Besucher aus Reisebussen aufnehmen muss, die vielleicht gar nicht meine Zielgruppe sind, denn bestimmte Attraktionen locken auch nur bestimmte Besucher an. Natürlich spielt dabei auch das Glück eine Rolle, was da gerade so in die Auslage kommt, aber das Glück ist beeinflussbar und es gibt Notwege, falls man sich mal verfranst. Mir gefällt die lockere Spielweise aber auch die Optik von Meepleland wirklich gut. Auf lange Sicht würde ich mir noch mehr verrückte Attraktionen und Fahrgeschäfte wünschen, Platz dafür wäre für so eine Erweiterung durchaus noch in der Schachtel vorhanden. Aber auch so finde ich Meepleland schon wirklich sehr sympathisch, ein schönes, leicht gehobenes Familienspiel, dem ich nicht zuletzt wegen der zuvor beschriebenen positiven Flashbacks sehr gute acht Kultpunkte gebe. Meine schriftliche Rezension findet ihr ergänzend auf unserer Webseite.